was willst du auch noch so komische münze ich hab'n wandel auch einen noch hier müssten noch welche sein irgendwo hier an der wand an der seite Hab ein, hab ein, komm zurück. So, ich hab fertig. Ja, schön. Jetzt hab ich auch fertig. Ich brauch nur noch diese Kämpfer. Wir brauchen noch Topf der alten Zeit hier. Sind die nicht weiter oben irgendwo? Ne, hier unten lagen die Opa älter drum. Ah, Jesus. Ne, nur Bieterkämpfer brauchen wir auch noch. Aber jetzt geh ich mir mal kurz die komische Münze holen. Kann irgendwo hier sein. Was für eine Münze? Achja, Münze beseitigt den Untoten. Ne, ja, wir müssen dafür... Warte mal. Die komische Münze haut da raus. Ne, ne, nix brauchen wir hier. Wandelheuche haben wir doch fertig, 5 von 5. Jetzt brauchen wir die Equal-Kämpfer. Äquatier, oder wie auch immer. Kämpfer. Das wird doch immer noch angezeigt, weil wir immer noch dieselbe Quäste arbeiten. Genau. Wird doch nie ausgeblendet dann. Herrfeier! Komm! Und die... Töpf, äh... Der hört mich nicht zu. Ohne soll eh nur sein. Ohne soll ein Töpf sein. Hört man mich? Hallo, hallo, Mikrocheck? Hallo, hallo. Hallo, hallo. Ah, hallo. Ah, hallo. Hier ist Sohn auf dem Weg. Oh! Kleine und große. Hä? Willst du groß essen? Ja, hoff. Er ist wieder abgelenkt. Oh je. Ich bin grad ums Essen. Wie ums Essen? Was grad gegessen? Irgendwie ein Licht... Irgendwie ein Licht... Irgendwie ein Licht... ... ist bloß ne welches. Was für ein Licht! Was ich vergessen hab ausgemachen. Ja, hallo. Anubiten... Anubiten... Ne, das ist kein Anubit. Das ist ein Kallgolan, aber ich glaub die brauchen wir auch. Fels-Kallgolan. Oder auch nicht. Ja. Brauchen wir. Ta-da! Blaustein, ne Leute? Brauch ich den auch. Ich hab nen Topf gefunden. Höha! Sind doch hier oben, ne? Eins von fünf, naja. Die sind hier irgendwo verteilt. Da ist noch ein... Na, das ist natürlich dein Lut. Das ist doch wieder mal. Das ist aber typisch. Typisch. Aber da ist noch einer. Das ist mein Lut. Ja! Ach, hab ich gleich fertig. Ne, die nächsten 13 Jahre deine, also heute ne, wo. Ja, lass mich doch auch looten. ja weil man scheiß millionen das aufgemacht hat mit mehr so ein stück brauchen auch noch irgendwas was brauchen wir wumische steinstück ja hier guckt das die qual das schweigende Lämmer es kann mich schon wieder hohen das andere ist hier von denen was hat den komischen steine an die nev von den frühen ja aber nicht hier oder wo sind wir dann dachte rechts von uns ich dachte das ist die spielung das ist sie können wir die spielung ist erfüllt und zum bestimmten teile aus alle kinders palast zumindest städte hier alle kinder das ist ja spiegeln spiegeln könnte man machen könnte man müsste man wenn man wir spiel und quest außer oh oh hola naja mein gott ich muss mal mal weiter ich bin gerade ein wenig Prozent Münzen an und bieten brauchen wir hier dann brauchen wir immer die Wandel haupt auch aber die Wandel auch die brauchen nicht weil das ist ja aber wo findet Prozent Prozent äh die sind ja noch richtig schön also diese Prozent mit Wollner da ist noch mit Woll Prozent bei mir immer machen wie neu ist der Hassel der Dornen in Stamm der Fingst ja dann müssen wir hier so ein bisschen klären ringsrum weil ich glaube wir werden hier sonst alles mögliche erben dann müssen wir mal ein bisschen aufräumen und dann können wir den machen dann müssen wir mal ein bisschen aufräumen und dann können wir den machen und dann das erschienen ist hat ein jünger sie mir waren ab oder was keine Ahnung was muss er haben mit Weltbotsformat mit Weltbotsformat aber halt weniger aus wie ein Weltbotssterne ja ab heute erst hingelegt deswegen toll wollte ich schon wieder die Spellen halt andere Seite noch oder oder willst du direkt drauf ich weiß ja nicht vielleicht ruft der weil die Soso ringsrum stehen weißt du wiederkommen sowieso oh da ist ja verdammt da hat er geäditiert würde ich mir behaupten hat er hat er hat er ich warte ich warte kurz in equa oder kannst du aufstehen jetzt wieso nicht das ist gut ich hab ja jetzt aber nicht mehr sie müssen das kommt jetzt klein mit meinem Bildschirmkopf und da kommen wir stehen auf und machen der Musilbrunn ach ja ich habe auch gerade für mich drauf geachtet dass sie in der Schaden gekriegt haben so richtig realisiert die enig ist abgegeben gab noch eine wasserblume schweiß gut okay ich krisse wenn wir schon mal hier sind würde ich einen kurzen cut beantre ach jetzt willst du einen cut ja dann machen wir halt einen kurzen cut also bis gleich so und dann sind wir wieder und da waren wir wieder da waren wir wieder dass man die sturmzone gehen da müssen wir da sind die elite habt ihr gerade mal geguckt um das aber schnell die kämpfer noch mal wir haben immer eben noch schnell die kämpfer deine golems da in hier oben wegen machen das sind die der hat gerade für die äquator dinge gezählt deswegen wollte ich ja hierher transparentpanzer die brauchen wir aber auch von den anobiten ne ja also müssen wir die anobiten klatschen gut machen wir die wir noch ein golem freund da hat er ein gut Ich brauche noch einen Golem. Da hast du schon einen umgehauen. Alles klar. Golem fertig. Anobiten. Nicht, dass die Luni mir jetzt hier im Weg ist. Nee. So. Noch sieben Anobiten. Was brauchen wir denn von der Quest eigentlich noch? Mit Triment Ornament. Oh mein, Ornament. Oh Gott, Jesus. Viermal mit... Ach, herstellen. Ja, was ist das für eine Spion-Quest, wenn wir dafür nicht nach Asmodee müssen? Hä? Ich habe keinen Skill. Ja, da. Bäm. Die zählen nicht für die Transparent. Das waren noch Anobiten-Kämpfer. Warum zählen die nicht? Wo bist denn du jetzt wieder hin? Ach, Jesus. Feier. Oh, fuck. Die zählen. Wir kriegen die Goren hier. Komisch. Fall da rum hier. Ja, die zählen nicht. Das sind, ähm... Kämpfer. Ich weiß nicht. Ich probiere mal den hier. Aber... Anobiten? Anobiten? Ja, die Anobiten. Wo bist du denn? Hier ist noch einer. Meiner? Nö, aber gleich. Ich weiß nicht. Vielen Dank.